So, willkommen zurück. Ich grüße euch. Das ist schon das letzte Video hier im Chapter 2 der Informatik 2. Willkommen dazu. Ich hatte im letzten Video gesagt, dass Funktionen die Möglichkeit haben, den Kontrollfluss, der durch den Body geleitet wird, zu manipulieren oder zu kontrollieren. Der Kontrollfluss muss nicht immer so eine Straight Line sein. Wie wir schon bei dem Y-Loop gesehen haben, kann der Kontrollfluss tatsächlich in einer Schleife, so einem Kreis geleitet werden. Es gibt ein anderes Statement in C0, die sogenannte bedingte Anweisung, die uns erlaubt, schon im letzten Video erwähnt, den Kontrollfluss zu verzweigen, sogenanntes Branching durchzuführen. Anhand einer gewissen Entscheidung, die wir treffen können, kann der Kontrollfluss entweder den linken oder den rechten Pfad nehmen und damit verschiedene Berechnungen für uns irgendwie ausführen. Ein ganz, ganz grundlegendes Statement in jeder imperativen Programmiersprache. C0 kommt nicht ohne aus, darum hier die bedingte Anweisung oder das Conditional Statement, if then else. Okay, jeder von euch, der schon irgendwie meine Programmiersprache in der Hand hatte und sei es auch Racket gewesen, der hat von solchen bedingten Ausdrücken oder bedingten Anweisungen schon gehört. In Racket hatten wir bedingte Ausdrücke in der Hand. Hier haben wir eine bedingte Anweisung in der Hand, die tatsächlich einen Effekt hat, den Effekt den Kontrollfluss in unserem Programm zu verändern. Übrigens hat C0 auch einen bedingten Ausdruck, der davon zu unterscheiden ist, aber dazu kommen wir später. Das hier ist die bedingte Anweisung, ein Statement. Und darum habe ich dem Ganzen auch das Label S verpasst hier. Wir reden also wirklich von einem Statement. Und das Statement benutzt einen Ausdruck, ein Ausdruck des Typs Bool, auch Prädikat genannt von uns hier in der Vorlesung, um zu entscheiden, welcher von zwei Pfaden durch den Kontrollfluss unseres Bodies jetzt tatsächlich genommen werden soll. Das ist das entsprechende Statement dazu. Ich habe das wieder irgendwie angereichert mit Kontrollflussinformationen. Das eigentliche Statement ist genau das, was sich hier syntaktisch in diesem schwarzen Block jetzt befindet. Alles andere ist Annotation von mir. Okay. Die versuchen soll, den Kontrollfluss ein bisschen zu symbolisieren. Okay. Dieses If-Then-Else-Statement, okay, eingeleitet durch das If hier oben, testet zuerst dieses Prädikat E. Das Prädikat E kann nur zwei Werte annehmen, True oder False. Sollte der Wert True angenommen werden, dann wird der Test hier, der Test, den ich jetzt hier highlighte, der hier, an der Stelle entscheiden, in den ersten Pfad, hier oben, in diesem Pfad, den Kontrollfluss zu leiten. Hierher und dann den Kontrollfluss entsprechend hier an der Stelle nachher rauszuleiten. Okay. Lassen wir mal wieder meinen Pointer ein bisschen dicker machen, ein bisschen größer machen. Dann macht er nämlich auch dickere Striche hier gleich sozusagen. Switch, Schalt, Switch. Okay. Alles klar. Hervorragend. Okay. Das hier ist der Punkt der Entscheidung. Hier wird der Wert des Ausdrucks E bewertet. Dann sollte er sofort ausgewertet werden. Nehmen wir den unteren Pfad hier und bewegen uns mit dem Kontrollfluss in den unteren Block. Hier ist ein weiterer Block, der ist der Else-Block. Dann wird der Else-Block betreten. Die entsprechenden Anweisungen in dem Else-Block werden ausgeführt und das ist dann der Effekt meines If-Then-Else-Statements. Okay. Also das ist der Punkt der Entscheidung. Entweder den If-Block ausführen oder manchmal auch der Then-Block genannt. Bloß C0 hat kein Then-Keyword. Das hier ist der entsprechende If-Block. Okay. Zur Ausführung, wenn E true ist. Das ist der Else-Block zur Ausführung, wenn E false ist. Okay. Eins von beiden muss passieren. Einer von beiden Blöcken kommt auf jeden Fall zur Auswertung. Okay. Und klar. Wenn das hier ein Statement ist, dann interessiert uns der Effekt des Ganzen. Und was der Effekt eines If-Then-Else-Statements hier an der Stelle ist, das ist genau hier aufgelistet. Entweder sind die Effekte des If-Blocks oder sind die Effekte des Else-Blocks. Wer weiß, was in dem If- oder Else-Blocks passiert. Vielleicht Terminal-IO, vielleicht Variablenzuweisungen. Nur einer von den beiden Blöcken, je nachdem wie E gesetzt ist, wird seine Effekte beitragen können in unserem Kontrollfluss. Ihr werdet manchmal Situationen sehen, in denen entweder der If-Block oder der Else-Block tatsächlich trivial sind oder leer sind. Von der Form eigentlich hier. Okay. Es gibt einfach in dem If- oder Else-Block keine Arbeit zu tun. Okay. Was man sehr, sehr oft da draußen findet, ist, dass der Else-Block, der Else-Block ist tatsächlich leer und hat tatsächlich die Form, die syntaktische Form, wie ich sie hier jetzt gerade eben angedeutet oder gehighlighted habe. Okay. Weil das so oft vorkommt, gibt es ein Idiom oder eine Abkürzung in diesen C-basierten Sprachen und in C0 ist das nicht anders, dass der Else-Block an der Stelle tatsächlich vollkommen weggelassen werden kann. Ihr seht hier diese Abkürzung unter der Nummer 2. Wieder werde ich das Prädikat E auswerten und wieder werde ich hier genau an dieser Stelle die Entscheidung treffen. Sollte E true ausgewertet werden, dann wird tatsächlich der If-Block hier an der Stelle betreten und wir werden die Effekte des If-Blocks auslösen. Sollte E zu diesem Zeitpunkt hier zufort ausgewertet werden, dann gibt es für uns nichts weiter zu tun. Es gibt keinen Else-Block oder der Else-Block war leer. Dann kann der Else-Block syntaktisch weggelassen werden und ich werde mich hier dann wieder im Kontrollfluss wiederfinden. Okay. Also das ist dann ein If-Statement und ein If-Else-Statement. Alles klar. Genau diese Form, diese Form 2 hier, eine bedingte Anweisung ohne Else-Block ist etwas, was einem bedingten Ausdruck auf jeden Fall fehlen wird. Okay. Erinnert euch, dass es in Racket, wo es nur bedingte Ausdrücke gab, kein If-Then-Else gab, ohne den entsprechenden Else-Zweig irgendwie vorzusehen. Gab es einfach nicht an der Stelle aus guten Gründen. Kommen wir nochmal zurück auf diese Gründe, wenn wir uns auf die bedingten Ausdruck auch hier in C0 stürzen. Okay. Ich denke, das hier sollte eigentlich alles einfach genug sein. Ich habe auf der nächsten Slide mal ein Stück Programmcode mitgebracht und zwar genau endlich den Body der Print-Bits-Funktion, die wir auch schon im letzten Video nochmal irgendwie am Wickel hatten. Den Body der Print-Bits-Funktion, der genau so eine bedingte Anweisung benutzt, um zu entscheiden, ob denn ein 0 oder ein 1-Bit gedruckt werden soll und damit entscheidet, ob der eine oder der andere Effekt ausgelöst werden soll. Das ist genau die Aufgabe einer bedingten Anweisung. Okay. Alles klar. Lass uns mal kurz auf die Print-Bits-Funktion schauen. Das ist die Signatur von dem ganzen Ding. Ein bisschen größer hier wieder. Genau. Die Signatur, das ist eine einstellige Funktion, die genau ein Integer konsumiert. Okay. Das ist der Integer X, dessen Bits wir ausdrücken wollen. Und das Ding hat nur Effekte. Das Einzige, was mich an der Print-Bits-Funktion interessiert, ist die Terminal-Ausgabe, die tatsächlich generiert wird. Es wird kein sinnvoller Wert zurückgeliefert. Es werden genau die entsprechenden Bits ausgedruckt und das war alles. Es wird kein interessanter Wert berechnet und so gegeben. Der Seiteneffekt ist alles, was zählt. Damit ist das eine Void-Funktion hier an der Stelle. Eine Void-Funktion braucht übrigens kein Return-Statement. Nicht unbedingt. Wenn der Kontrollfluss das Ende einer Void-Funktion erreicht, dann ist der Kontrollfluss an der Stelle beendet und es gibt keinen Wert, der irgendwie zurückgegeben werden muss. Alles klar. Gut. Dann lasst uns kurz hier auf die Print-Bits-Funktion schauen. Hier ist die Definition dazu. Ihr seht tatsächlich, ich habe hier in dem Body den entsprechenden Integer mit X benannt. Und ich werde jetzt seine 32 Bits von links nach rechts ausgeben. Das Bit mit der Nummer B31 wird ganz links stehen. Das Bit mit der Nummer B0 wird ganz rechts stehen. Okay. Und dazu werde ich mir hier so eine Integer-Ware n gleich 31 besorgen. Die wird mir genau die Bit-Position durchzählen. Ich fange links an bei 31 und werde bei 0 bei Bit B0 rechts ganz enden. Okay. Alles klar. Solange ich noch Bit-Positionen irgendwie auszugeben habe und ich das n irgendwie noch nicht auf 0 runtergezählt habe, dann werde ich genau das machen. Ich werde genau hier meine Is-Bits-Set-Funktion benutzen. Das ist die aus dem letzten Video. Gott sei Dank haben wir sie im letzten Video programmiert. Dann werde ich das X da reinstecken und werde mir das Ende Bit anschauen. Sollte das Ende Bit gesetzt sein, wird mir Is-Bits-Set, dieser Ausdruck hier, mit True antworten. Das ist für die bedingte Anweisung der entsprechende Hinweis, den entsprechenden If-Block zu betreten. Und ich werde eine 1 ausgeben. Alles klar. Damit ist die Aufgabe des If-Blocks an der Stelle schon beendet. Das ist nur ein einzelnes Statement. Und wir führen die Kontrollfluss nach dem entsprechenden If-Statement fort. Okay. Sollte Is-Bits-Set mit False antworten, werden wir den Else-Block betreten und werden diesen entsprechenden Effekt auslösen und werden eine 0 in unserer Ausgabe hinzufügen. Genau das, was wir an der Stelle brauchen. Danach ist die Else-Block mit seiner Ausführung, nur ein einzelnes Statement in dem Fall, schon beendet. Und der Kontrollfluss wird auch an dieser entsprechenden Stelle fortfahren. Hier bei dem n gleich n-1, da laufen die beiden gebranchten, potenziell gebranchten Kontrollflüsse wieder zusammen. Okay. Und an der Stelle geht es dann weiter. Bit-Position um 1 runterzählen, damit ich jetzt nicht mehr das Bit 31, sondern dann das Bit 30, dann 29, dann 28 und so weiter bis Bit 0 betrachte. Das gibt mir eine Ausgabe aus 32 Zeichen, die hier in dem Terminal hinzugefügt werden. Alles klar. Ihr seht, dass in der Funktion Print-Bits hier jeweils der If-Block und auch der Else-Block jeweils sehr, sehr einfach sind, fast trivial sind und nur aus einem einzelnen Statement stehen. Wir haben also diese Form hier. Geschweifte Klammer auf, dann steht da genau ein Statement drin, geschweifte Klammer zu. Solche Statement-Blöcke, die nur aus einem einzigen Statement bestehen, die kann man syntaktisch auch abkürzen, indem man die geschweiften Klammern weglässt. Das Statement an sich ist der einfache Block, der da an der Stelle zu programmieren ist. Das Statement für sich, ein Statement alleine für sich, macht einen Block aus, der wirklich nur aus diesem einem Statement besteht. Damit wäre das hier entsprechende abkürzende gültige Syntax. Ich könnte mir die geschweiften Klammern sparen hier in dem entsprechenden If-Block und auch in dem Else-Block. Okay, wir können gleich in dem entsprechenden Programm, das ich dazu mitgebracht habe, mal kurz darauf schauen, wie das funktioniert. Und ja, ich habe hier schon so ein Ausrufezeichen angebracht, weil das Weglassen von solchen geschweiften Klammern zu kompakterem, vielleicht auch lesbarerem Code führt. Aber eine potenzielle Fehlerquelle sein kann, wenn man sich beim Fortlassen dieser geschweiften Klammern darauf verlassen hat, dass der Block nur aus einem Statement besteht. Später besteht der Block dann mal vielleicht mal aus zwei oder drei Statements und dann müsste ich meine geschweiften Klammern wieder setzen. Zu oft und gerne wird das vergessen. Und ihr könnt schon auf die ersten Blog-Postings warten und Forums-Postings warten, sorry, Forums-Postings warten, in denen Leute sich fragen, Mensch, ey, das hat eben noch funktioniert, jetzt habe ich mein Programm nur ein bisschen erweitert, jetzt läuft alles vom Kontrollfluss her total daneben. Was ist passiert? Hundertprozentig wird es zu solchen Postings kommen. Alles klar. Komm, dann lasst uns mal praktisch in den Code reinschauen. Ich habe die Printbits-Funktion auch mitgebracht und sie lebt in ihrem eigenen File Printbits.c0. Das ist übrigens das File, das wir schon öfter mit Use in andere Programme eingebunden haben. Jetzt endlich können wir das in das sprechende File mal reinschauen. Okay, das war ein File, das selber keine Main-Funktion beinhaltet. Wenn ihr seht, ich scrolle hier ganz bis zum Ende, da kommt nichts mehr nach Zeile 29. Dieses Programm, dieses Printbits-C0-Source-File ist in sich kein komplett kompilierbares C0-Programm. Es fehlt die Main-Funktion. Okay, in all unseren Einsätzen der Printbits-C0-Funktion haben wir sie entweder nur in der Coin-Repel irgendwie ausprobiert. Dazu brauche ich keine Main-Funktion. In der Coin-Repel kann ich einfach individuelle Funktionen aufrufen. Oder wir haben einen umgebenden Programm gehabt, das mit Use Printbits-C0 dieses Stück Quelltext irgendwie eingebunden hat und dann seine eigene Main-Funktion hinzugefügt hat. Okay, hier unten in der Printbits-Funktion selber, lasst mich noch ein bisschen größer machen hier den Editor, in der Printbits-Funktion selber ist überhaupt gar nichts irgendwie zu bemerken. Das ist nämlich genau der Printbits-Code, den wir eben gerade auf der Slide gesehen haben. Ihr seht, wir beziehen uns hier auf das Prädikat isBitsSet. Ich habe das hier in den entsprechenden Querytext von Printbits-C0 irgendwie mit eingefügt. Damit können wir uns an der Stelle auch da mal drauf beziehen. Das ist genau die Implementation, die wir im letzten Video irgendwie am Wickel hatten. Okay, und weil die Printbits-Funktion tatsächlich Ausgaben generiert hier im Terminal mit Printer, trägt die Funktion Printbits oder das File Printbits-C0 selber dafür Sorge, dass tatsächlich die Library-Funktionen aus Con.io zur Verfügung stehen und aufrufbar sind. Okay, ich hatte euch gesagt, dass doppelte Uses zum Beispiel von Con.io vom Compiler entdeckt werden. Wenn wir also Printbits-C0 mit Use einbinden und in unserem Hauptquelltext-File selber Use-Con.io spezifizieren, bringt das den Compiler an der Stelle nicht zum Straucheln. Alles klar, weil das hier kein Komplettsprogramm für sich ist, können wir das an der Stelle jedenfalls so bisher noch nicht kompilieren. Das werden wir nachher noch kurz ändern, aber ich werde das jetzt erstmal hier in Printbits-C0 einfach in die Coin-Repel einladen. Da ist sie schon. Okay, wenn ich jetzt hier mit Functions nachschaue, dann kann ich sehen, dass die folgenden Funktionen jetzt tatsächlich zur Verfügung stehen. Natürlich die Printbit-Funktion. Okay, das ist eine Void-Funktion. Ich weiß, die lebt nur von ihren Seiteneffekten. Alles klar. Die IsBitSet-Funktion, die Printbits auch in München gebracht hat, die steht mir jetzt hier auch an der Stelle zur Verfügung. Und natürlich all die Dinge, die Con.io beigetragen hat. All das steht mir jetzt hier an der Stelle zur Verfügung. Alles klar. Ja, dann könnte ich das Ding doch mal aufrufen. Mal gucken, ob unsere Printbit-Funktion so funktioniert, wie wir das tatsächlich erwarten. Das ist ja die gute alte Printbit-Funktion, die wir schon oft zum Einsatz gebracht haben. Die hat damals funktioniert, sie funktioniert auch jetzt. Das sind genau die interessanten sechs unteren Bits unseres Zahlenwerts 42. Anscheinend macht das Ding genau das, was wir von ihm erwartet haben. Ganz hervorragend. Okay. So, jetzt lasst uns mal kurz zurückschauen hier in dem Body von Printbits. Tatsächlich handelt es sich hier um Code, der doch relativ einfach ist. Relativ einfach in dem Sinne, dass der If-Block hier und der Else-Block hier wird nur aus einem einzelnen Statement bestehen. Und wenn wir uns erinnern, was ich gerade eben zu der Slide gesagt habe, solche Ein-Statement-Blöcke, die kann ich auch syntaktisch abkürzen, indem ich hier die geschweifte Klammer lösche. Und damit ich das Statement für sich selber stehen lasse, dass dieses eine Statement für sich macht einen Block aus, der nur aus diesem Statement besteht. Das kann ich hier im Else-Block ganz genauso machen. Und dann erhalte ich diese Variante, diese verkürzte Variante meiner Printbit-Funktion. Habe schon ein paar Zeilen gespart und ist vielleicht noch besser, kompakter, irgendwie schöner lesbar. Okay. Ich habe gerade eben gespeichert. Ich könnte hier jetzt in der CoinRepl mir den geänderten Quelltext von Printbits C0 gleich wieder reinladen, ohne dass ich die CoinRepl an der Stelle irgendwie verlassen müsste. Es gibt hier so ein Kommando, das nennt sich Reload, damit wird das Printbit.C0 Quelltext-File neu gelesen und mir steht die neue Variante meiner Implantation von Printbits zur Verfügung. Hat sich ja nicht so dramatisch geändert. Das Einzige, was wir entfernt haben, sind die geschweiften Klammern. Mal schauen, ob das Ganze noch funktioniert. Ja, funktioniert noch. Ganz hervorragend. Okay. Ein K-Wert hier an der Stelle. Ein K-Wert hier an der Stelle. Ihr seht, dass ich hier, obwohl ich jetzt die geschweiften Klammern entfernt habe, diese entsprechenden Statements, die jetzt für sich selber einen Block ausmachen, weiterhin so um zwei Leerzeichen, meinetwegen auch vier oder acht Leerzeichen, da ist euer Geschmack gefragt, eingerückt habe. Einfach, um mir visuell klarzumachen, dass hier tatsächlich sich ein Statement befindet, das einen Block für sich selber ausmacht. Okay. Diese entsprechende Unterscheidung würde verloren gehen, wenn ich das irgendwie hier so rausziehen würde. Schlechter Stil. Macht visuell klar, wenn euch die geschweiften Klammern fehlen, dass, hier, macht euch visuell so klar, dass tatsächlich hier ein entsprechendes Statement für sich alleine einen Block ausmacht. Okay. Okay. Übrigens kann es bei der Entfernung von diesen geschweiften Klammern irgendwie auch zu weit gehen. Ja, und nur weil ein Stück Code irgendwie eingerückt ist visuell, hat das irgendwie noch gar nicht die Bedeutung, dass es tatsächlich auch einen Block für sich ausmacht. Ich kann mal hier diese äußeren geschweiften Klammern, die ich jetzt gehighlightet habe, von dem While mal entfernen. Ja, der Code ist ja irgendwie sauber eingerückt und so weiter. Der Compiler wird ja wohl merken, dass das hier ein Block ist, und zwar der While-Block. Okay. Das können wir mal machen und diese entsprechenden geschweiften Klammern irgendwie entfernen. Dann ist der Code nämlich noch kompakter geworden. Okay. Ich denke mal, das ist die Variante, die ich benutzen möchte. Alles klar. Runter hier nach dem Speichern zurück in meine CoinRappel. Mit Reload das Ganze geladen. Sauber, syntaktisch, einwandfrei. Gleich mal zur Ausführung wegen PrintBits 42. Wow. 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 Stopp. Ctrl-C, Abbruch. Alles klar. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Okay. Zurück in den Quelltext. Was ist schiefgelaufen? Syntaktisch ist nichts schiefgelaufen, aber wir haben die geschweiften Klammern hier an der Stelle weggelassen. Damit gilt die Vereinbarung. Hier an der Stelle, wo jetzt ein Block folgen müsste, kann tatsächlich ein Block folgen ohne geschweifte Klammern, solange er nur aus einem Statement besteht. Was ist das eine Statement? Was ist das eine Statement, das jetzt tatsächlich hier diesen While-Block ausmacht? Die Einrückung suggeriert, dass es dieser orange markierte Bereich ist. Aber syntaktisch, nach den Maßregeln von C0, handelt es sich nur um dieses If-Then-Else-Statement. Das hier ist ein Statement. Das ist ein Statement. Ein Block, der nur aus einem Statement besteht, hier in diesem While-Block, würde genau dieses If-Then-Else, dieses orange markierte If-Then-Else umfassen. Das n gleich minus 1 hier, das würde eigentlich überhaupt gar nicht zu dem entsprechenden Block gehören. Korrekterweise müsste das anders eingerückt sein, nämlich so. So, okay, das hier, das würde mir jetzt klar machen, Mensch, schau mal, das n gleich n minus 1 gehört gar nicht mehr zu dem While-Block hinzu. Das ist aber essentiell wichtig, damit irgendwann mal diese Abbauchbedingung irgendwie getriggert werden kann. Okay, sie wird nicht getriggert, das n wird nicht verändert, wir werden uns weiterhin immer nur das Bit n gleich 31 kümmern. Das Bit n gleich 31 war offensichtlich 0. C0 ist nicht müde geworden, uns das tausendfach hier an der Stelle im Terminal auszugeben. Es gab keinen Fortschritt hier bei dieser Iterationsvariable n, wir haben uns niemals n gleich 0 genähert. Damit eine Endlosschleife programmiert. Okay, alles nur dadurch, dass wir hier diese geschweiften Klammern irgendwie weggelassen haben. Also, Achtung, gefährlich. Okay, lasst mich die geschweiften Klammern wieder einführen. Und jetzt ist das ganze Geschichte an der Stelle wieder repariert. Okay, so, das ist das Warning Sign, das ich euch verkauft habe auf der letzten Slide. Achtung, selbst wenn die Einrückung hier suggerieren würde, dass ein einzelnes Statement, dass ein ganzer Block vorliegt, liegt vielleicht nur ein einzelnes Statement vor. Im Zweifel ist es immer besserer Stil, tatsächlich mit expliziten geschweiften Klammern zu arbeiten. Okay. So, ich habe euch im letzten Video schon gezeigt, dass euch der Compiler, der CC0 Compiler, bei bestimmten Fehlern oder fragwürdigen, nicht Fehlern, sondern fragwürdigen Code, der aus Sicht des Compilers vielleicht eine Dummheit beinhaltet, eine Warning ausgeben kann. Und das ist hier an der Stelle nicht anders. CC0 hat auch entsprechende Warnings auf Lager, die uns auf die Finger klopfen, wenn wir ja anfangen, fragwürdig Code einzurücken und damit zu suggerieren, dass irgendwie, oder vielleicht auch nicht zu suggerieren, dass ein entsprechender geschachteter Block vorliegt. Okay. Damit ich euch das demonstrieren kann, muss ich tatsächlich CC0 hier auf dieses Printbits-File anwenden. Coin hat diese entsprechende Funktionalität nicht eingebaut. Ich kann CC0 aber nicht auf dieses Pfeil anwenden, weil sich keine Main-Funktion darin befindet. Darum, bitte erlaubt mir ganz kurz hier, eine Dummy-Main-Funktion einzuführen, die gar nichts macht, sondern die einfach nur dafür sorgt, dass sie syntaktisch vorhanden ist. Ab jetzt ist dieses Printbits-C0 tatsächlich ein selbststehendes Programm für sich, das ich mit CC0 kompilieren könnte. Okay. Ist nicht so besonders interessant, diese Main-Funktion. Ich werde sie auch wieder entfernen, bevor ich euch das entsprechende SIP-File irgendwie zusammenpacke. Dann mal raus hier aus dem Coin und noch eine Menge gebufferter Output, der da kommt. Raus aus Coin, rein in CC0. Mal gucken, ob ich das ganze Ding jetzt erstmal kompilieren kann hier. CC0, Printbits, .c0, ja, das kann ich tatsächlich kompilieren. Lass uns das mal ausführen. Da dürfte jetzt eigentlich gar nichts passieren, weil die Printbits-Funktion nämlich gar nicht zum Einsatz kommt. Darum geht es mir an der Stelle auch gar nicht. Ja, worum es mir geht, ist ein weiterer Schalter, den ich euch verkaufen möchte. Und das ist der Minus-W-Schalter, Minus-Klein-W. Im letzten Video haben wir mit Minus-W, Groß-W, All bestimmte Warnings angeschaltet. Und wir können irgendwo mal eine Übersicht vielleicht im Forum machen, welche Warnings denn der CC0-Compiler so kennt. Und um was es mir hier geht, ist der Warning-Schalter Minus-Klein-W, der sowas wie, ja, stilistische Fragen in eurem Quelltext, ja, wie sieht es mit der Eindrückung aus und so weiter, die der bewertet und dann entsprechende Warnings ausspricht. Okay. Lass uns mal gucken, ob unser jetziges Pfeil an der Stelle irgendwelche Warnings triggert. Und zur Zeit sieht das gut aus, zur Zeit sieht das gut aus, aber jetzt mache ich mal stilistisch was Fragwürdiges und zerstöre zum Beispiel diese Eindrückung hier. Diese Eindrückung, die eigentlich suggeriert, dass Printer für sich ein einzelner, ein Statement ist, das einen Block darstellt. Okay. Das ist wirklich guter Stil. Jetzt verletze ich diesen Stil mal und mache die Eindrückung hier auf diese Art und Weise. Jetzt irgendwie ist überhaupt nicht mehr klar, was denn, jedenfalls nicht durch Eindrückung, was dann das entsprechende Statement ist, das den If-Block ausmacht. Okay. Wieder mit CC0 und Minus-Klein-W kompiliert. Oh, jetzt gibt es nur Warning. Jetzt tatsächlich ein Warning-Statement, not properly aligned. Hey, die Eindrückung in deinem Quelltext, die sieht wirklich nicht sauber aus. Das, was hier in Zeile 21 irgendwie angemeckert wurde, und zwar hier ist genau die Zeile 21, das Ding, das sollte eigentlich irgendwo hinter Zeile, hinter Spalte 7, irgendwo zwischen Spalte 7 und Spalte 80, aber nicht dort vorne, wo es jetzt gerade steht, irgendwie beginnen. Ab Spalte 7, da wäre es okay. Alles klar. Also, das ist die Art und Weise des Compilers, mir zu sagen, Mensch, rückt doch das Printer ein, um klarzumachen, dass es sich hier um den If-Block handelt. Okay, ganz hervorragend. Was mich diese Warning auch, wovor mich diese Warning auch schützt, ist das Folgende. Lass mich nochmal hier gefährlicherweise in dem While-Block diese entsprechenden geschreiften Klammern wegnehmen. Jetzt suggeriert mir die Eindrückung eine Blockstruktur, die überhaupt gar nicht da ist. Wir wissen, dass der entsprechende While-Block nur aus diesem einen Statement besteht. Die Eindrückung suggeriert, nein, das n gleich n-1 gehört auch noch dazu. Gefährlich hat uns gerade zu dieser Endlosschleife mit den lauter Nullen geführt. Wenn ich das jetzt hier kompiliere mit dem CC0-W-Schalter, dann kriege ich eine Warning. Und das sagt, hey, dieses n gleich n-1 hier, das ist nicht richtig eingerückt. Wieso ist das eingerückt worden? Eigentlich sollte das an Spalte 3 starten. Es gehört nämlich nicht zu einem eingerückten Block. Tatsächlich gehört das nicht zu einem While-Block. Eigentlich sollte das Ding in Spalte 3 starten. Da ist Spalte 3. Okay, jetzt nach diesem entsprechenden stilistischen Hinweis wird klar, Mensch, da stimmt doch irgendwas mit der Blockstruktur, mit meinem While-Loop hier an der Stelle nicht. Das sollte doch eigentlich zu dem Block gehören. Nach Sicht des Compilers gehört das nicht mehr zu einem Block. Ding, rote Warnlampe an, alles klar. Der Block muss tatsächlich mit geschweiften Klammern markiert werden. Und das ist genau das, was mir an der Stelle gefehlt hat. Neu kompilieren, Warning weg, wunderbar. Genau das wollten wir haben. So, mehr Messages habe ich jetzt hier nicht in dem Kapitel 2. Eine ganze Menge coole Sachen gelaufen zu Modularer Mathematik, zur Zweikomplementdarstellung von negativen Integers, zur Bitmanipulation von Integers, jetzt auch noch zur Aufruf von Funktionen und hier noch am Ende zum Kontrollfluss. Damit ist die Aufgabe des Kapitel 2 beendet. Danke Kapitel 2. Wir freuen uns auf Kapitel 3. Ich hoffe, ihr seid dann weiter nicht dabei. Ich werde auf jeden Fall hier sein. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Einen Dank. Ciao. Wanmalen. Untertitelung des ZDF, 2020